So, super, ihr seid's wieder da, gefreut mich, zweiten Teil machen wir in der Hintersturm. Wir beginnen auf der ersten Reihe, in der Mittellage. Genau, und jetzt haben wir einen Kreuzgriff. Und wir sind dann schon wieder da. Habe ich mal gespielt, genau. Einmal machen wir es noch, Mittellage. Kreuzgriff. Alles mit dritten, vierten Fingern gespielt, drücken, sind wir schon da. Sehr gut. Nimmst die richtigen Finger her, dann ist der nicht so schwierig, dann passt der schon. Langsam spielen wir da und ich freue mich auf den dritten Teil. Pfiat denk. Das ist richtig. Kippe.